Ich hab mit jemandem geschlafen. Deine Frau hat dich betrogen, weil du aus den Augen verloren hast, wer du bist als Mann. Würdest du mit ihm schlafen? Ach, lass das! Ja, glaube ich schon. Ach echt jetzt? Du musst die Kontrolle über deine Männlichkeit wieder erlangen. Würdest du dir was anziehen, bitte? Hast du damit ein Problem? Was willst du mit mir anstehen? Ich will dich meiner Ex-Frau zeigen und sie total eifersüchtig machen. Ich hab deine Frau getroffen und sie, sie ändert alles. Ich liebe sie und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hätte kämpfen sollen um dich.